Was tust du bis heute, um von anderen geliebt zu werden? Von früh auf haben die meisten von uns im Elternhaus gelernt, dass wir nicht um unsere Selbstwillen geliebt werden. Schon in unserer Kindheit haben wir mehr und mehr begriffen, Liebe gibt es hier auf der Erde nicht umsonst. Liebe muss man sich verdienen. Für Liebe und ebenso für Wertschätzung, Anerkennung, Lob und so weiter musst du etwas sein, tun oder lassen. Zum Beispiel musst du brav, nett, lieb, ruhig und pflegeleicht sein und bitte nicht unangenehm auffallen. Und fürs Nicht-Tun, fürs Genießen, Spielen, Blödeln, Faulenzen und fürs einfache Dasein wurden wir auch nicht belohnt. Stattdessen war es besser, fleißig zu sein, sich anzustrengen, zu helfen und Mamas und Papas Erwartungen an ein gutes Mädchen oder einen richtigen Jungen so gut es ging zu erfüllen. Frage an dich, was alles tust du heute noch, damit Menschen dich mögen oder nett zu dir sind? Was tust du alles für deinen Partner, für deine vielleicht schon erwachsenen Kinder, für deine Eltern, falls sie noch leben und für deine Freunde, falls du welche hast? Und was lässt du lieber bleiben? Was tust du nicht, um keinen Ärger zu bekommen? Was verkneist oder verbietest du dir? Was erlaubst du dir nicht, weil du deswegen kritisiert, verurteilt oder zurückgewiesen werden könntest? Es klingt für deine Ohren vielleicht extrem, aber ich bin mir absolut sicher, die meisten Menschen verraten ihr Herz bis ins hohe Alter und fragen sich oft, was sollen die anderen nur über mich denken, wenn ich ... Sie sagen dort Ja, wo sie eigentlich Nein sagen würden, dies aber nicht können und sich nicht trauen. Bis heute lernen die meisten von uns, sich selbst zu belügen und zu betrügen, indem sie die Stimme ihres Herzens ignorieren und verleugnen und stattdessen auf die angstgesteuerte Stimme ihres Verstandes hören, der ihnen zuruft, Pass ja auf! Du kannst dir nicht einfach machen, was du willst. Pass auf, dass du nicht aneckst, dass die anderen eine gute Meinung von dir haben. Ein gutes Image zu haben, ist nicht nur für Firmen wichtig. Für sein Image muss jeder schon was tun. Von nichts kommt nichts. Wer sein Herz verrät und sich den Wünschen und Erwartungen der anderen anpasst, der erzeugt eine chronische Unzufriedenheit in sich. Und er fordert andere auf, seine Grenzen zu überschreiten und ihn auszunutzen. Und sehr oft geschieht es, dass dieser Mensch genau von denen verlassen wird, für die er lange Zeit so viel getan hat. Das empfinden wir da natürlich als schrecklich ungerecht. Aber auch dafür sind wir selbst verantwortlich. Das heißt, wir haben es verursacht, wenn auch auf vollkommen unbewusste Art und Weise. Wer sein Herz verrät, nicht auf dessen Stimme hört und nicht gut für sich einsteht, der lässt sich selbst im Stich. Und das heißt, er verlässt sich selbst. Er betrügt und belügt sich selbst. Durch dieses Verhalten wertet er sich selbst ab und fordert andere unbewusst dazu auf, ihn ebenso zu verlassen oder im Stich zu lassen. Um sein eigenes Leben wahrhaftig zu leben und sein Herz zum Singen zu bringen, braucht es den Mut und die Bereitschaft, sich von anderen dafür kritisieren und verurteilen zu lassen. Denn es macht dem unbewussten, normalen Menschen Angst, wenn jemand aus der Herde ausschert und seinem Herzen folgt, anstatt der Stimme der Angst. Selbstliebe und Selbstverwirklichung erfordern Mut. Selbstliebe und selbstverwirklichung erforden, die Stimme des Herzen von der Herzen in den Mund ist. Selbstverwirklichung. Erstens. Untertitelung des ZDF, 2020